Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es der Alex und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und am Start seid. Ihr seht, die Amazon Prime Days gehen in die zweite Runde. Am 10. und am 11. Oktober dieses Jahres 2023 finden diese statt. Und ich möchte in diesem Video euch zeigen, wie ihr euch auf die Prime Days vorbereiten könnt, um hier kein Schnäppchen zu verpassen. Auch werde ich die besten Vorab-Angebote, die jetzt zu diesem Augenblick schon online sind, natürlich hier veröffentlichen, euch zeigen, welche profitablen Deals hier möglich sind und vielleicht für den Reseller auch das ein oder andere dabei. Aber ich werde natürlich für euch hautnah dabei sein und von Anfang an euch hier die Deals veröffentlichen. Wie ihr diese erhalten könnt, erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Und wir werden noch weitere Termine klären, die für euch relevant und wichtig sein können, um hier noch vor Weihnachten gute Schnäppchen mitzunehmen. Viel Spaß dabei, bleibt unbedingt bis zum Schluss. Ja, Freunde, wie angesprochen, die Prime Days gehen in die zweite Runde. Und wie ich möchte in diesem Video alles, was um die Prime Days herum geschieht und mitzutun hat, in diesem Video besprechen mit euch und klären. Falls du neu dabei bist und dich interessieren Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, Reselling und andere Themen rundherum um E-Commerce, dann abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieses Format gefällt, gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das lässt uns hier als Community wachsen und uns gegenseitig unterstützen. Ja, wie ihr seht, ich bin hier auf der Startseite und hier wird das bei Amazon auch direkt angekündigt. 11. und 10. Oktober ist es soweit. Und ihr seht es hier, bis zu 50% können wir jetzt schon auf Amazon-Produkte sparen. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung weitere Produkte verlinken, die bereits reduziert sind. Stöbert mal durch und guckt euch das Ganze an. Und für alle unter euch, die sich jetzt fragen, was ist denn überhaupt Prime Days, habe ich schon mal gehört, weiß aber nicht genau, worum es hier geht. Und zwar ist das von Amazon eine Aktion, die mittlerweile zweimal im Jahr stattfindet. Zwei Tage sind das, wo man richtig gute Schnäppchen bekommt, wo man richtig gut sparen kann. Und jetzt zum Ende des Jahres, 10. und 11. Oktober ist es natürlich ideal für alle, die jetzt schon mal Weihnachtsgeschenke besorgen möchten und hier bares Geld sparen möchten. Wie genau nimmst du daran teil? Und zwar musst du ein Prime-Mitglied sein. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung, wie du dich als Prime-Mitglied registrieren kannst. Das Ganze ist hier nämlich für 30 Tage kostenlos für alle die, die noch nicht Prime-Mitglied sind. Das Ganze kostet normalerweise 8,99 Euro im Monat, im Jahr 89,99 Euro. Falls du das Ganze nicht weiterhin nutzen möchtest, dann kannst du jederzeit kündigen vor Ablauf dieser 30 Tage. Wenn du kündigst, entstehen keine Kosten. Wenn du das Ganze aber weiter nutzen möchtest und das Ganze für dich attraktiv scheint, dann kannst du hier sehr, sehr viele profitable Dinge nutzen und zwar Prime Video, Prime Music und vieles mehr ist hier mit enthalten in diesem Prime. So, des Weiteren stellt sich die Frage, was wird denn überhaupt reduziert? Ihr seht es hier auf der Startseite, haben wir schon einige Produkte. In der Regel sind es hier Amazon eigene Produkte, wie zum Beispiel die ganzen Alexa-Geräte. Aber auch andere Produkte von anderen Herstellern sind bereits reduziert. Ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung eine Liste zur Verfügung stellen, welche Produkte bereits reduziert sind, wo man richtig gut sparen kann und zwar jetzt schon. Deshalb, falls da irgendwas für dich dabei sein sollte, lass es dir nicht entgehen und schnapp jetzt schon mal zu. Die Amazon Prime Days beginnen wirklich pünktlich und zwar vom 9. auf den 10. um 0.00 werden die ersten Schnäppchen schon verfügbar sein und da muss man natürlich direkt am Start sein. Ich werde für euch direkt am Start sein und werde mit euch die besten Deals hier vor allem für die Reseller unter euch teilen. Ich habe dazu eine WhatsApp-Nummer, die du unten in der Videobeschreibung findest, wie der Ablauf ist, um sich hier kostenlos und unverbindlich dafür anzumelden. Ich teile mit euch die guten, profitablen, gewinnbringenden Deals und das Ganze funktioniert über WhatsApp oder Telegram. Die Anleitung dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Sei dabei, falls du diese Deals nicht verpassen möchtest. Ich möchte hier nur einige Deals zeigen, die bereits von mir veröffentlicht worden sind. In der Regel habe ich das immer wöchentlich gemacht, welche Deals wie profitabel waren und hier habe ich immer gezeigt, wie der Preis hier vonstatten ging. Also hier zum Beispiel so ein GEMA-Headset für 42,99 Euro kostet aber jetzt 79 Euro. Das ist ein profitables Deal gewesen, obwohl ich sehe hier teilweise sogar 82 Euro für ein neues Produkt. Das andere ist alles gebraucht. Und wenn man bei solchen Sachen zuschlägt, kann man hier 10 bis 20 Euro profitabel das weiter verkaufen. Auch haben wir so ein Deal gehabt hier von Kugelschreibern. Wir haben diese zu einem Preis von 8,99 Euro bekommen. Ich habe sie auch tatsächlich gekauft, jedoch habe ich sie nicht geliefert bekommen. Falls du hier zugeschlagen hast und mir zugeguckt hast damals und diesen Deal empfohlen bekommen hast, dann kannst du mir gerne mal einen Kommentar schreiben, falls du diese zugesendet bekommen hast oder nicht. Ich habe sie leider nicht. Das ist hier von einem anderen Verkäufer gewesen. Aber auch solche Sachen wie ein Laptop von HP. Wir sehen hier, diesen gab es hier für 589 Euro und den gab es natürlich immer, wie ihr seht, das sind immer nur ein paar Stündchen, manchmal sogar Minuten, wo der weg sein kann. Dieses Laptop kostet hier normalerweise immer so an knapp 1000 Euro. Und dann gab es mal so einen Deal für 589 Euro, wo man definitiv zuschlagen konnte. Ich habe gesehen, einige haben den bekommen. Und ja, das sind solche profitablen Deals, wo man definitiv dabei sein sollte und es hier nicht verpassen sollte. Falls du dich fragst, welche Software ich hier nutze, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, schaust dir oben hier in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an. Kommen wir nun zu dem Punkt, wie wir uns auf die Amazon Prime Days vorbereiten können. Natürlich brauchst du ein Amazon Prime Mitgliedschaftskonto. Falls du es noch nicht hast, dann kannst du diese 30 Gratistage nutzen und nach den Prime Days direkt kündigen. So entstehen dir keine weiteren Kosten, aber das ist Grundvoraussetzung, um hier an den Schnäppchen dran teilzunehmen. Zweitens, lade dir die App von Amazon herunter, egal ob auf dein iPhone oder Android Handy. Das Ganze findest du im App Store. Und hier kannst du direkt die Produkte, die du gerne haben möchtest, die du vielleicht auch schon für Weihnachten verschenken möchtest, alles schön in deinen Warenkorb legen oder in die Beobachtungsliste, am besten in den Warenkorb. So bekommst du per Push-Nachricht an den Prime Days, ob dein Produkt reduziert wurde. Und hier kannst du dann direkt zuschlagen und auf den Kaufen-Button drücken. Drittens, falls du hier richtig spezielle Deals bekommen möchtest, die du auch wirklich weiter profitabel verkaufen könntest als Reseller, dann findest du die Anleitung unten in der Videobeschreibung, egal ob per WhatsApp oder Telegram. Ich veröffentliche hier die Deals und teile die mit euch und ich bin direkt von Anfang an dabei. Des Weiteren sei natürlich auf der Hut. Es ist nämlich so, dass es vom 9. auf den 10. die Amazon Prime Days direkt um 0 Uhr beginnen. Das bedeutet, die ersten Deals werden schon um 12 Uhr nachts, Mitternacht, veröffentlicht. Und hier wird direkt zugeschlagen wie sonst was. Manche Deals werden in wenigen Minuten direkt ausverkauft sein, andere in Stunden und andere vielleicht auch direkt gar nicht mal ersichtlich. Deshalb sei hier wirklich auf der Hut, um keinen Deal zu verpassen. Ansonsten schau auch in den Warenhaus von Amazon. Hier gibt es teilweise gebrauchte und sehr gut erhaltene Produkte, noch mal stark reduziert. Zusätzlich bietet Amazon hier 20 bis 30 Prozent noch zusätzlich. Auch hier werde ich das Ganze mit euch teilen und euch davon profitieren lassen. Was natürlich wichtig ist, nicht direkt das ganze Geld jetzt an den Amazon Prime Days auszugeben. Denn ich habe vorab angekündigt, hier noch weitere Daten zu nennen, die bis zum Weihnachtsgeschäft hier uns begleiten werden von sehr guten Schnäppchen. Und zwar, wie der ein oder andere weiß, findet am 11.11.2023 die Single Days statt. Da werden wir auch noch sehr viele Angebote, auch auf Amazon, aber auch anderen Portalen und Online Shops, großen Online Shops, hier mit Angeboten bereichert und hier zum Sparen animiert. Des Weiteren werden wir am 24.11. die Black Friday Week haben. Weekend kann man eher sagen. Am 24.11. ist der Freitag, wo sich dann über das ganze Wochenende auch wieder verschiedene Angebote und Deals auf verschiedenen Plattformen hier zur Verfügung gestellt werden. Und dann folgt der 27.11. der Monday, der Cyber Monday als auch sehr, sehr profitabler Tag, wo sehr viele Deals nochmal rausgestellt werden, um hier profitabel vor dem Weihnachtsgeschäft einzukaufen. Deshalb notiere dir diese drei Daten, die packe ich dir auch unten nochmal in die Videobeschreibung, ganz dick in deinen Kalender, um hier das Ganze nicht zu verpassen. Ich werde für euch immer auf diesem Kanal dabei sein, deshalb abonniere den, um nicht kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle und wünsche dir natürlich für die Prime Days an dieser Stelle viel Erfolg und alles Gute. Bis denn, ciao.